Hola, que tal? Buenos días! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr ja sicherlich gesehen habt, war ich in Spanien und zwar in Loret de Mar und in Barcelona. Und da habe ich natürlich wieder ganz viele tolle Sachen gegessen. Und daraus ist natürlich auch wieder ein kleines Food Diary für euch entstanden. Das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Als allererstes muss ich zugeben, dass ich am Anfang des Urlaubs direkt einmal ein San Miguel getrunken habe. Dann gibt es in Loret de Mar ja unzählige kleine Restaurants. Da muss man überall für relativ wenig Geld was essen gehen kann, abends, mittags. Und da habe ich mir erst mal Pasta Seafood bestellt. Ich bin ein großer Fan von Meeresfrüchten. Und in Spanien ist es ja nochmal besonders schön bzw. besonders lecker, weil es so frisch ist. Es kommt direkt aus dem Meer. Und ich finde, das schmeckt man auch einfach, dass es dort irgendwie anders schmeckt und besser schmeckt. Deswegen bin ich mir dann gleich erst mal einmal Pasta Seafood gegönnt. Heute ist Nudeltag. Ich habe hier Nudeln mit Meeresfrüchten. Und hier haben wir einmal Spaghetti Bolognese. Guten Appetit würde ich mal sagen. Dann gibt es ja dort auch, kann man ja auch Pizza essen. Pizza ist für mich jetzt immer so, so eher so, ja okay, Pizza kann man mal essen. Es ist jetzt für mich nichts besonderes. Ich habe zweimal Pizza gegessen. Wir haben einmal Hawaii, Pizza Hawaii. Und einmal hatte ich Pizza mit Oliven, Sardinen, Sardinen. Ja, war okay, war lecker. Aber jetzt nichts besonders nennenswertes. Dann waren wir in Barcelona und in Barcelona gibt es einen riesengroßen Foodmarkt. Hier ist die Eistheke. Sieht so lecker aus. Da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. Hier gibt es Saft. Papaya, Kokos, Mango, Erdbeer. Also auch wenn man keinen Hunger hat, wenn man hier reingeht, man hat auf jeden Fall Appetit. Und ich habe mittlerweile auch Hunger, wenn man hier wieder rausgeht. Es riecht so gut nach Schokolade, nach Obst, nach allem Möglichen. Aber dieser Duft alleine schon, das riecht so lecker. Aber es ist natürlich nicht gerade günstig. Schmeckt sehr gut. Also ich finde es zwar ein bisschen trocken jetzt so, wahrscheinlich, weil es in der Luft ist, aber für den Euro kann man schon mal kosten. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das ist, wenn man auf der La Rampla so Richtung Hafen, Richtung Meer läuft, auf der rechten Seite. Das kann man eigentlich auch nicht übersehen, weil da die ganzen Menschen rein strömen. Dann waren wir in Barcelona auf diesem Platz. Das Name ich jetzt natürlich nicht mehr weiß. Dort haben wir Paella gegessen. Und das war preislich was okay. Die Paella kam, glaube ich, 10 Euro. War natürlich nicht so viel drin. Die Pfannen sind ja immer relativ flach. Die Paella war auch mit Seafood und es war natürlich ein wunderschönes Feeling dort einfach auf dem Platz mit der Aussicht und Blick auf den Springbrunnen. Ja, also Paella, Daumen nach oben, super lecker. Ja, das war es schon wieder mit meinem kleinen Food Diary aus Spanien. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem gerne einen Daumen nach oben und abonniert gerne kostenlos meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.